Sie sind jetzt als Psychologe gefragt, was machen Sie mit der Mannschaft nach zwei Niederlagen jetzt in Folge? Wie bauen Sie Ihre Mannschaft auf für Graz? Wie machen Sie die Mannschaft so richtig heiß, dass Sie sagen, so, dort gewinnen wir jetzt? Ja gut, aber da sind wir gefragt und wir werden das sehen, was wir die kommenden Tage tun. Aber man muss die Spieler mal versuchen, das aus den Köpfen zu kriegen, was heute passiert ist. Stichwort Köpfe, eine Frage, die ich nicht so gerne stelle, muss ich natürlich stellen, 2001, Schalke 04. Okay, danke, ich habe Sie stellen müssen, diese Frage. Boris und Manfred wieder, bitte. Dabei haben Sie sich so lieb gehabt jetzt die letzten Minuten, weil jetzt alles provoziert, mein Kollege.